Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für Wischsauger interessiert. Wir vergleichen heute zwei Generationen von Tinko, hier aus dem Jahr 2021 der Floor One S5 Pro und brandneu der Floor One S7 Pro. Der wurde auf der IFA 2022 vorgestellt und kommt in diesem Jahr ganz neu auf den Markt. Wie viel stärker er im Vergleich zu seinem Vorgänger ist, das erfahrt ihr jetzt. Wenn euch auch alle technischen Daten zu diesen beiden Wischsaugern interessieren, werft einen Blick in unseren Wischsauger-Feiner auf dem Blog. Der Link ist hier oben in der Infokarte und da findet ihr nicht nur alle von uns getesteten Modelle, die ihr direkt miteinander vergleichen könnt, die ihr mit Filtern für euch anpassen könnt, um zu schauen, welcher ist denn der günstigste, welcher Sauger hat welche Funktion. Ihr könnt auch direkte Vergleiche anstellen, das heißt, ihr könnt den S5 zusammen mit dem S7 direkt gegenüberstellen und findet so heraus, was sind die Unterschiede in den technischen Daten. Wir haben sie in unseren Reinigungstests abgeschnitten, das seht ihr da mit Infosymbolen, ganz transparent, wie wir da getestet haben. Alle Infos also im Wischsauger-Finder. Fangen wir beim Vergleich der beiden Geräte und in den Unterschieden bei den Stationen an. Da muss man sagen, dass es hier eigentlich nur so ein bisschen Designänderungen gibt. Beide haben da nicht irgendwelche Funktionen dazu bekommen. Beim Floor One S7 Pro gibt es keine richtige Bürstentrocknungsfunktion mit heißer Luft, aber eine Bürstentrocknung Light kann man sagen. Ja, wie sich das gestaltet, dazu komme ich gleich in einem weiteren Punkt. Ansonsten gibt es keine großen Änderungen bei den Stationen. Sie werden da reingestellt, sie werden geladen, sie machen ihre Selbstreinigungsfunktion da drin. Das war's. Dann kommen wir zu den Unterschieden der beiden Sauger direkt und fangen unten an. Erstmal auf den ersten Blick kann man sagen, dass an der Optik, da hat sich nicht so viel getan. Die sind wirklich fast gleich aufgebaut und man kann sie in manchen Punkten sogar verwechseln, wenn man nicht gerade weiß, worauf man achten muss. Fangen wir erstmal ganz unten an. So sieht es hier bei beiden aus. Was man direkt sehen kann, ist, dass die Kantenreinigung verbessert wurde. Die ist jetzt beim S7 Pro auf beiden Seiten verbessert, beim S5 nur auf der rechten Seite und hier ist der Rand deutlich größer. Der S7 Pro Ultra hat eine LED vorne verbaut, hier in dieser Abdeckung drin. Die gibt es beim S5 nicht, die kann man optional ein- und ausschalten im Menü. Ansonsten ist der Schmutzwassertank und der Frischwassertank erstmal von der Aufmachung gleich geblieben, gleich positioniert. Der Unterschied ist, dass der Flow One S7 Pro eine elektrolytische Desinfektion hier hinten in seinem Wassertank drin hat. Das heißt, das Wasser wird elektrolytisch desinfiziert. Das kann man auch hinten sehr schön sehen, wenn man das einschaltet. Weiter oben kommt dann bei beiden Geräten das Display und beim Tinko sind die Displays wirklich sehr hochauflösend, sehr schön mit Animationen. Beim S7 Pro Ultra haben sie das Ganze nochmal ein bisschen weiter aufgepeppt, also da findet man noch mehr Animationen und noch mehr Informationen. Kann sehr viel durchs Menü hindurch wutschen und findet da wirklich viel in diesem Menü. Ganz unten nochmal kurz angesprochen, habe ich gerade nicht gesagt. Die Räder haben natürlich beide. Beim S7 Pro Ultra gibt es aber die, nee, beim S7 Pro gibt es den Unterschied, dass die Räder hier hinten einen Antrieb mit drin haben. Dieser Antrieb bewirkt, wenn ihr in der Vorwärtsbewegung gewesen seid und geht dann wieder zurück. Dann müsst ihr nicht gegen den Vorantrieb entgegen kämpfen, sondern der, ja, gibt eine Unterstützung und dann fährt der Sauger quasi alleine rückwärts. Das ist in der Handhabung sehr angenehm, aber auch da komme ich gleich nochmal zu. Ganz oben findet man, wie bei den meisten Wischsaugern, die Bedienelemente. Da startet man den Sauger, da kann man die Modi durchschalten und die Selbstreinigungsfunktion aktivieren. Da gibt es ein bisschen mehr, was man einstellen kann mit Pfeiltasten, weil das Menü einfach umfangreicher ist beim Flow on S7 Pro. Aber ansonsten ist da tatsächlich vieles gleich. Ja, viele Details, die sich verändert haben und wie es sich in der Reinigungsleistung schlägt, das sehen wir jetzt. Alt gegen Neu. Apropos, wenn du hier neu auf dem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Like für dieses Video da. Abonnier den Kanal und aktivier auch die kleine Glocke, dann verpasst du nämlich in Zukunft auch keine Videos mehr. Würde mich sehr freuen, wenn du kurz ein Abo dalässt. So, vergleichen wir die Reinigungsleistung und die Tests sind hier immer gleich. Wir haben vier Disziplinen, in denen die Wischsauger gegeneinander antreten müssen. Und wir fangen an mit flüssigem Ketchup. Ja, da sind die Geräte tatsächlich gleich. Das ist bei Tinko generell gut, dass die so sind, dass beim einmaligen Überfahren direkt alles weg ist. Dann kommt die Haferflocken-Milchmischung. Und auch hier konnten sie zeigen, dass sie beide echt gut sind, denn auch hier waren sie gleich. Das heißt, das, was da auf dem Boden liegt, diese matschige, sehr klumpige Mischung mit großen Partikeln, muss nur mit einmal vor, einmal zurück. Ja, ist auch alles direkt entfernt. Festgetrocknete Verschmutzung, auch hier sieht man keine Unterschiede, aber Kaffee ist das Erste. Das ist nicht wirklich schwer. Da brauchen sie auch nur eine Vor- und Zurückbewegung und sind dann durch. Beim angetrockneten Ketchup merkt man einen Unterschied, auch wenn er etwas geringer ist. Aber da hat die neue Generation einen Ticken, die Nase vorn. Zehn Überfahrten braucht der Flow One S7 Pro, um den festgetrockneten Ketchup restlos zu entfernen. Beim Tinko Flow One S5 Pro waren es noch zwölf. Wenn euch die Reinigungsleistung und die Ergebnisse der Tests generell interessieren, dann schaut in den Wischsorger-Finder, da könnt ihr sie gegenüberstellen und dann könnt ihr euch die Ergebnisse auch nochmal ganz genau anschauen, wenn euch das jetzt hier zu schnell ging. Dann vergleichen wir natürlich auch die Kantenreinigung. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die ist beim Flow One S7 Pro besser, denn sie ist beidseitig. Das heißt, wenn ihr generell einfach an einer Kante entlang geht, auf nur einer Seite, dann ist das bei beiden Geräten gleich. Allerdings, wenn ihr auf beiden Seiten eine Kante habt, dann müsst ihr hier das Gerät wenden und hier müsst ihr das eben nicht machen. Die Selbstreinigungsfunktion, auch sehr spannend, wie gut reinigt sich das Gerät nach der Reinigung und das ist bei beiden pauschal erstmal gut, aber beim Flow One S7 Pro Ultra ist es auf jeden Fall verbessert worden. Hier habt ihr beim Start der Selbstreinigungsfunktion nämlich direkt die Möglichkeit, zwischen zwei Modi zu wählen. Das gibt es hier nicht, hier könnt ihr sie einfach nur starten. Hier könnt ihr sagen, kurzer Modus, zwei Minuten, wenn ihr halt nicht so große Verschmutzung gereinigt habt oder sechs Minuten langer Modus, wenn ihr wirklich viele schmutzige, große Partikel aufgenommen habt. Dann wird hier sechs Minuten gereinigt, sehr, sehr gründlich gereinigt und hier gibt es eben diese Bürstentrocknung-Light. Ich habe das eben schon mal kurz angeteasert. Bürstentrocknung bedeutet ja eigentlich, dass ein heißer Luftzug die Bürste hier unten reinigen, trocknen kann. Hier sagt das Gerät bei der Selbstreinigungsfunktion, ich trockne jetzt die Bürsten. Was dann aber gemacht wird, ist, dass die Rolle einfach sehr, sehr schnell für einen längeren Zeitraum gedreht wird. Dadurch durch die Zentrifugalkraft halt das Wasser nach außen getragen wird. Damit wird die Bürste trockener als zum Beispiel beim Flow-Wat-Net 5. Es ist aber jetzt keine richtige Bürstentrocknung wie bei vielen anderen Geräten, die ihr hier auf dem Kanal finden könntet, wo auch eine Bürstentrocknung mit drin ist. Ihr findet generell auch detaillierte Einzeltests zu beiden Wischsaugern hier auf dem Kanal schon. Die Links sind hier oben in der Infokarte, da könnt ihr euch nochmal ganz genau und detailliert informieren und wir machen weiter mit dem Punkt Handhabung und Features. Dann vergleichen wir jetzt auch Handhabung und Features, fangen wir mit der Handhabung an. Generell muss man sagen, die beiden sind ja wirklich im Design und in der Aufmachung gleich und das spiegelt sich auch in der Handhabung wieder. Beide lassen sich sehr angenehm führen, liegen gut in der Hand. Der Pluspunkt geht hier an den S7 Pro durch seine angetriebenen Rollen, denn es ist einfach nochmal angenehmer, wenn man halt nicht gegen den Vortrieb, gerade bei längerem Reinigen, den Sauger zurückziehen muss, sondern wenn er so einen Antrieb hat und alleine zurückkommt, das finde ich persönlich sehr komfortabel. Die Tanks lassen sich bei beiden Geräten sehr einfach entnehmen, um den Schmutzwassertank auszuleeren, Frischwasser neu zu befüllen. Das ist alles wirklich sehr schön gemacht und sehr hochwertig. Die Griffe oben sind auch in der Handhabung fast identisch. Es gibt ein paar mehr Funktionen beim S7 Pro Ultra, denn er hat ja halt hier im Display auch in den Einstellungen deutlich mehr. Wenn man zum Beispiel die Desinfektionsfunktion einstellen will oder auch das LED-Licht, das kann man halt alles da oben noch mit Pfeiltasten machen. Da gibt es mehr Infos, aber rein so die Einstellungsmöglichkeiten oder in der Handhabung ist das schon fast gleich. Dann ist die Akkulaufzeit ja für viele immer interessant. Wie lang kann ich reinigen? Auf höchster Stufe gemessen, voller Akku. Da war die Überraschung tatsächlich, dass der Flowman S5 Pro länger durchgehalten hat als der S7 Pro. Er schaffte etwas mehr als 28 Minuten und hier waren es etwas mehr als 23 Minuten. Ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass halt natürlich das Licht hier vorne Strom verbraucht, dass der Antrieb der Räder Strom verbraucht. Dementsprechend ist mal alles über 20 Minuten ist für mich persönlich und meine 100 Quadratmeter Wohnung ausreichend, dass ich nicht nachladen muss. Aber einfach für euch als Info, der S5 Pro Ultra, der S5 Pro, der hat etwas länger durchgehalten. Bei den Features muss man definitiv sagen, dass der S7 Pro mehr zu bieten hat. Er hat LEDs hier unten an der Bürste, diese angetriebenen Rollen, habe ich ja eben schon mal gesagt, die sind ein echt cooles Feature, das gefällt mir super gut. Im Frischwassertank diese Desinfektionsfunktion, wenn man die aktiviert, dann sieht man das auch hinten schön, wie das da gebildet wird mit dieser elektrolytischen Desinfektion. Das gefällt mir gut, dass das Gerät auch mit enthalten ist. Dass es hier so eine Bürstentrocknung Light gibt, finde ich halt auch cool. Ist einfach ein bisschen trockener, als wenn die Geräte das gar nicht haben. Mit einer App kann man beide verbinden. Hier gibt es noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten beim S7 Pro. Ja, eine App-Funktion bei Wischsaugungen ist generell so, dass ich sage, ja, die nutze ich im Alltag fast nicht. Bei der Einrichtung kann es ganz praktisch sein, dass man erstmal Sprachpakete, Animation installiert. Vielleicht die neueste Firmware auf das Gerät zieht, aber sonst später im Alltag nutze ich es persönlich eigentlich nicht. Auch nicht für irgendwelche statistischen Reinigungszwecke. So viel zu diesem Punkt und dann nochmal meine persönliche Meinung zu diesen beiden Saugern. Ja, kommen wir abschließend zu meiner persönlichen Meinung. Welches Gerät solltet ihr euch kaufen? Ja, man muss sagen, der Flow on S5 Pro kostet um die 500 Euro, der S7 Pro kostet 800 Euro. Und da finde ich einfach, dass der S5 mit dem, was er kann, einfach ausreichend ist. Denn er hat eine super Reinigungsleistung, hat auch schöne Features, klasse Display, große Tanks, ist sehr einfach in der Handhabung, sehr qualitativ hochwertig. Und wenn man dann wirklich Premium möchte und sagt, ich will das Beste, was es gibt von Tinko, ja, dann hat man halt hier mit seinen ganzen Features, mit dem angetriebenen Reifen hier unten oder auch mit dem Frischwasser Tank mit Desinfektionsfunktion, halt, ja, das Beste, was man von Tinko bekommen kann. Das war's von mir. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Da unten könnt ihr den Kanal abonnieren und da geht's direkt zum Wischsorger-Finder. Und wenn ihr euch mit über 6.000 Nutzern austauschen wollt, findet ihr den Link zu unserer Wischsorger-Facebook-Gruppe hier unten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.